Brot lagern Frisch gebackenes Brot ist richtig knusprig und lecker. Um diesen Geschmack so lange wie möglich zu genießen, ist die richtige Lagerung das A und O. Legen Sie sich dafür einen Behälter aus Ton oder Steingut zu. Diese Materialien speichern die überschüssige Feuchtigkeit des Brotes, geben diese bei Bedarf aber auch wieder zurück. Das Brot bleibt so länger frisch. Lagern Sie Ihr Brot am besten bei Zimmertemperatur. Im Kühlschrank altert es durch die niedrigen Temperaturen viel schneller. Der wichtigste frische Garant ist aber das richtige Brot. Produkte mit einem hohen Roggen, Vollkorn oder Schrotanteil bleiben deutlich länger knusprig und geschmackvoll als zum Beispiel Weizenbrote. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit! Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit! Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!